So, auf geht's in die nächste Runde von Let's Play World of Warcraft. So, mal gucken. Ich hoffe, dieses alte Auge kommt uns jetzt nicht wieder entgegen. Oh, warte. So. Aber jetzt. So. 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 Mist, na ja, egal. Oh, das ist sogar Stufe 19. Net. Wirklich net. Wirklich net. Wirklich net. Da ist ein Müll-Löckchen. Das Gute ist, hoch. Ähm. Dafür die gesamten Jäger bald durch haben. Die Krieger gibt es, glaube ich, woanders. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die Läufe weiß ich nur nicht. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. ich war auch eben noch mal ein bisschen am hochladen oder bin glaube ich noch doch ich bin hochladen ja jetzt für das komplette jahr also das komplette bis das jahr ist ja noch ansteht erstmals hochgeladen und ja mal gucken ob ich dann noch was zwischen drin hinkriege zwischendrin wie halt geöffnet und ww und die ganzen sachen die ich jetzt halt angefangen habe oh kacke sterbe ich gar nicht fliehen da sterbe ich wo auch immer das fisch wieder herkam wo auch immer das fisch herkam das ist echt schlimm also wir würden die zwei schneller schaffen wenn dieses komische ich dann nicht die ganze zeit auftauchen würde ich schaffe ja doch noch nicht da sind wir drei level drüber drunter das kann ich erst mal wenn ich tatsächlich auch auf der stufe bin wahrscheinlich ein paar stufen drüber oder wenn ich immer noch sagen kann da die meisten aber leider lichkings spielen bin ich etwas aufgeschmissen etwas sehr aufgeschmissen ich meine wir machen ja immerhin schon ein bisschen was dann wir gehen ja auf die 18 zu vor allem gehen drauf zu ha 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 Wir schauen einfach mal. Oh, kacke. Jetzt sterbe ich wieder. Jetzt sterbe ich wieder. Wird andererseits gedacht jetzt, aber... Sieben von sieben. Puh. Nicht einfach. 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 Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Das Gute ist, je nachdem kann ich mich nach den Küstenlöffeln ausschalten. Ich brauche ein Ziel. Wo auch immer die sind. Ich meine, die Küstenkrieger waren da hinten irgendwo. Deswegen gehen wir einfach mal in die Richtung. Wir schauen einfach. Was anderes kann ja eh nicht passieren. Dann noch mehr Orakel. Scheifenjäger. Orakel. Alles nur Gezeitenjäger. Nicht da runterfallen. Oh. Hier sehe ich nur die Jäger. Oh, aber Krieger. Ich meine zu, das haben wir hier schon mal welche. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, ne? Der ich aber tatsächlich meistens hier rumlief. Das war doch in einer Richtung. Ich frage mich aber, wie blöd ich war. Wie gesagt schon mal gleich, bei sowas könnt ihr dann übrigens auch gerne helfen. Wenn es zum Beispiel irgendwo, da ist ein Krieger, ähm, wenn es zum Beispiel irgendwo Monsterchen sind. Ich brauche, aber nicht finde. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ei. Ich bin außer Reichweite. ich weiß ja noch nicht wo die läufer sind wir haben die krieger gefunden die läufer bleiben verschulden so leider an land gott kommt schon ich habe den 6 noch so Untertitelung. BR 2018 . BR 2018 Ich muss da mal ganz kurz noch was schreiben. So, ich kann aber mal kurz nachgucken. Ähm, ja. Wow. Und zwar mal gucken. Accept all. Ja, süß bin ich. Oh, doch. Tut sie. Ah, okay. Okay. Also wie gedacht. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal gesagt. Also, bevor ich damals eine lange, lange Pause von WoW gemacht habe. Ähm, die Läufer sind hier hinten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das könnte bedeuten, dass sie weniger stark sind. Wäre ja vielleicht mal ganz, ganz, ganz gut. So. Aber ich beende hier auch erstmal einmal ganz kurz den Part. Und wir machen dann im nächsten weiter mit dem Moloch-Jagd. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020